yo freunde wir sind wieder in warzone unterwegs wir spielen heute wieder mal ein paar ründchen 1 2 oder so schauen wir mal auf rabbit island wieder machen wir erstmal ein ründchen einzeln hier also solo und dann gehen wir wieder bei blutgeld rhein und nach einem kleinen intro bin ich dann wieder da also viel spaß beim zuschauen so da bin ich wieder da geht es wieder los ne so einzel alle sowas erstmal eingestellt schauen wir mal was heute hier abgeht und da geht es los waffen und ausrüstung prüfen zum einsatz dauert es noch ich nehme mir wieder die emw waffen wie gesagt ich will die spr ein bisschen aufbauen das war aber nicht die spr was hat er mir da für ein lot ausgegeben yo und der von unten macht mich da fertig ach du fisch frischer fisch was was shit Kann gut zielen, der Junge. Ja, Wochenende, Feiertage, alle gehen hier ab wie Pommes. Lade, 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 Lade. Ja, ist ja sowieso schon vorbei. Jetzt geht es ernsthaft dazu. Also, schauen wir mal. Ach, sagt doch nicht sowas. Das ziehe ich mir gerne rein. Überlebe den Countdown, um deinen Wiederanstieg zu sichern. Verdiente Punkte beschleunigen den Countdown. Und das geht schon wieder los. Warte, bist du nicht hin? Na. Da. Ja. 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 Keiner hier oder was? Alle in Urlaub Mal, Alter, nur scheiß Gnaren hier, ey Also für mich persönlich Oh, nö Da hab ich schon mal eine Ist da einer rumgelatscht? Hat sich auf jeden Fall so angehört Ne, ohn Schön Oder Stan Keine Ahnung Irgendwie so Was ist das? Was ist das? Rückschlag, ey. Ey, komm. Komm, du Pussy. Shit. Komm, 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 komm. What the shit, ey. Ob ich die PPSH nehmen sollen, ey. Alter, die hat ja Rückschlag gehabt, ey. Meine Fresse. Ja, weil man die nicht oft zockt, dann... What the shit. Das nächste Mal wird es anders laufen. Zur Basis. Das war Mist. Das war jetzt Mist, ey. Hä, nix. Alter. Kein Abschuss. Kann noch nie sein. Nein. Nein, nein, nein. Na, machen wir mal noch eine Rinde. Einzelne. Und dann gehen wir bei Blutgeld rein. Ich hoffe, da klappt es besser. Weil die laufen alle Amok bei Solos heute. Kennen wir da einen? Kennen wir da einen? Kennen wir da einen? Und ich... Ja. Zack Hitick... Zack hitick... Zack hitick... Nu. Ja, den Übung macht den Meister, ne? Und die hat aber auch heftig Shield break Echt, was machst du denn? Genug geübt, jetzt beginnt der richtige Kampf Ahem Widerauferstehung Zur Sicherheitszone vorstoßen Das Gas nähert sich schnell Überlebe den Countdown um deinen Wiedereinstieg zu sichern Verdiente Punkte beschleunigen den Countdown Ja 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 immer die lila natürlich ist klar naja kommt hier einer die gipfelt mir auch, die Wellgun ist gut was ist das? Heimkehr wo ist der? wo ist der? Wo ist der? ob er das ist und er hat den? und er hat die Idee und er hat die Gipfel nicht, mit dem und ihm Feindlicher Präzisionsluftschlag, aufpassen! Überhält eine Ausrüstungslieferung. Feindlicher Soldat in der Nähe. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Feind schmeckt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. What the shit. Dann macht er mich fertig mit dem Pistollchen ey. Ein kleiner Stricher. What, 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 wo, 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 wo. Ah, der gleiche, dreckiger. Zwei Tage nicht gezogen und schon wieder aus dem Rhythmus ey. Dann gehen wir mal bei Blutgeld rein. Schuss. Schuss. Oder beziehungsweise Beutegeld. Sorry. Mein Fehler. So. Was haben wir da? Da wird einer wieder zu viel labern glaube ich. Schuss. Alter ich. Schuss. 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 Wenn ich das nicht verstehe brauche ich auch nicht ein Mikro. Nutz die Zeit um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. shit. Alter grade wollte ich runter eh. Und der kleine. dreckige striche ballert mich hier weg kollegen fast alle dort nur einer ist da nicht mehr und da steht sie da ja freundlich auf fanny dreckige sprücher nein will ich nicht sollen andere machen ein einstiegspunkt für dein team was hören angst aber springst aus dem hubschrauber super geil hat sich honkytonk sei so was das schön blabla dings die regnet ha 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 hainn geil o mato What? Komm schon. Bam. Kopfschuss. Dreckiger Stricher. Häuser. Häuser, Drecksack. Ist doch von mir gelandet, oder nicht? Hä? Hab ich was verpasst? Ist was hier verbuggt? Auf zu höpfen. Wir landen im Einsatzgebiet. Sie haben mich entdeckt. What the shit? Oh, der ist da lieb. Hast du Glück gehabt, Bulliger? Sorry. Wo kam denn hier? Maa, was für ein drückiger, drückiger Pissen, ey. Komm schon. Ah, hau mal rein, bro, ey. Geht doch gar nicht, alter. Wir schießen auf mich. Was, der Marktkollege Tonschuh, ey. Da hat ihn einer hinten gewischt. Schön. Meine Frisse, ey, ja, sicher, ey. Ja, komm. Ach, nicht doch. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Was ist das denn für ein dreckiger... Zum vierten oder fünften Mal schon, ey. Und die jumpen da irgendwo im Gebäude rum, ey. Meine Frisse, ey. Ja, ey. Manta, ey. Was ist das denn für ein Tor? Das sehe ich zum ersten Mal hier. Hä? Na genau, du Arschloch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wo ist meine Waffe? Da. Feindlicher Soldat in der Nähe. Sie sehen uns freundlich aus. Die Drohne ist aktiv. Wir nehmen Feind auf der Spur. Feindlicher Soldat in der Nähe. Wernsteht. Herr Kommorna. Kommorna, bro. Ich fleck dich zusammen, wirst du gut wie neu. Der Pfann sprecht über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Was ist der Liga? Hast du ihn gesehen? Das Ziel entkommt mir nicht. Scheiß die Wand an. Was für ein kleiner Strich, da steht er da einfach. Aufladen. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindlicher Soldat in der Nähe. Ist da noch einer? Hast du ihn, Bro? Und er wollte schwimmen gehen, schwimmen gehen, schwimmen gehen. Ha, ha, ha. Feindlich landen im Einsatzgebiet. Auf den Himmel achten. Auf den Himmel achten. Auf den Himmel. 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 Schildbrake. Auf den Himmel. 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 Feindliche Drohne ist aktiv. Feindlicher Soldat in der Nähe. Auf den Himmel. Oh, Facko. Ja, mein Fehler. Bin aufgestanden, ey. die splittergranate regelt das schon komm schon zuerst mal das kennen neue position BAM! Alter! Der Feind weckt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Ah, Shit! Schon wieder die Striche, Naughty! Naughty, Naughty, Naughty? Keine Ahnung, Naughty! So, Wollen die Collision, Na? Ok! Geld, Geld, Geld! Ah, Scheiße! Laut und deutlich, Vogel unterwegs für die Geldaufnahme! Geld abgeliefert! Hahaha! Schülpöck! Dreckige Zau! Die Schau hat mich weggeknallt, weggeknallt, weggeknallt! Die Schau hat mich weggeknallt! So, wo landet ihr jetzt, Kollegen? Da ist einer! Ey, probier's mal mit erfahren! Genau, ich probier's auch mal! Ey, warte auf mich! Wenn ich... Lass mich doch sterben! Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer! Hahahaha! Wuuuuh! Alter! Ist heute Weihnachten? Ist heute Weihnachten? Ist heute Weihnachten, Alter? So viel Kohle hat er? Da müssen wir zum, 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 zum Schweinchen! Dick! Mein gelandet im Einsatzgebiet! Wir sehen uns heute nicht aus! Das vieles kommt mir nicht! Shit! Mann! Alter! Ach, fuck, ey! Zu wenig Leben hier! Warum hast du nicht Kohle eingesammelt? Und es geht schon wieder los! Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein! Das vieles kommt mir den Freund legt auf! Denen und Freund legt auf! Ich fahre, da sind die ganzen... Ich krieg das, ey! Und nicht blöd, man lande da! Ah! Ja! Ich blöd, man! Genau! Ja! Und weder den Nauti, ey! Alter! Was ist das für ein scheiß Wichs? Das ist bestimmt ein Hacker, ey! Kann doch nicht sein, dass er so... gut alles abknallen kann, ey! Nein! 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 Nicht ins Wasser! So kleiner, dreckiger Streicher! Oh, Kollege! Oh! Tut mir leid, Kollege! Aber ich bin am Schwein! Ich versuche es! Ja, komm, 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 komm! Alter! Ich hab... viel Kohle! Scheiße! Scheiße! Komm! Ja! Abgeliefert! Schön! Höf doch! Ach, du kannst mich mal! Scheiße! Arsch! Nein! 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 Wo ist er? Ich bin blind! 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 Neunter Platz! Immerhin! Ja! Das war ne gute Runde! Muss ich sagen! Muss ich schon sagen! Ist gute Runde gewesen! Oh! Zehn! Abgeballert! Okidoki! Kurze Pause! Telefon! Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden! Bitte verlassen Sie eine Nachricht nach den Dignaltonen! Ne! Doch nicht! Ok! Ja! Machen wir für heute Schluss! Fuß! Also! Vielen Dank fürs Zuschauen! Meine Freunde! Ich hoffe es hat euch gefallen! Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein! Und lasst mal natürlich ein Like da! Ein Abo! Und Kommentare! Wenn das hier bei Twitch auch so ist wie bei YouTube! Keine Ahnung! Ich bin seit kurzem erst auf Twitch am Stream! Also! Ich sag mal bis dahin! Haut mal rein! Ne! Wir sehen uns! Ciao Ciao! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Bseysiak! Hr. Wir sehen uns! Außerdem! Wir sehen uns! Vielen Dank.